Das ist das Internet aus dem Kehlkopf. Man kann Ballon platzen lassen mit Saft aus der Orangenhaut. Man nimmt die Orangen und nimmt die Haut weg. Und dann nimmt man es so etwas drauf squirtet. Hier hat es einen etwas grösseren Ballon. Und dann nimmt man wieder Schale und spritzt es auch wieder drauf. Bam! Skorpion-Camouflage ist sehr gut, so dass sie fast unsichtbar sind. Es sei dann, man strahlt UV-Licht drauf. Aha! Was haben wir denn hier? Ein paar Leute fischten und dann ist so ein Babybiber hingeschwommen. I. 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 Der Typ von Titz ist ein Auto in ihm. What the fuck? Fuck. I can't. My fucking nuts. Igitt! Igitt! Ich hasse Schmetterling. War witzig, ich bin nur da, aber tschüss.